Hallo und herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder den Weg zu uns gefunden habt. Vorab wünschen wir euch natürlich ein frohes Osterfest. Für diese Feiertage haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir möchten euch heute nämlich eine vegane Alternative zum klassischen Osterzopf anbieten. Das Rezept haben wir von der Albert Schweizer Stiftung. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Auf der Website heißt es, dass die vegane Variante der Variante mit Milch und Eiern geschmacklich und optisch in nichts nachstehen soll. Machen wir doch einfach den Versuch. Zuerst gebt ihr das Mehl in eine Schüssel und formt eine tiefe Mulde. Dort sollen Hefe, Rohrohrzucker und eine pflanzliche Milch eurer Wahl Platz finden. Bedeckt euer Werk vorsichtig mit dem übrigen Mehl an der Seite. Nun muss der Teig für eine Viertelstunde im Warmen stehen. Während unserer Dreharbeiten war es draußen ein wunderbarer, sonniger und vor allem warmer Tag. Deshalb haben wir auf unserem Balkon die idealen Bedingungen für unseren Teig gefunden. Falls es kalt bei euch sein sollte, könnt ihr ihn auch auf eure Heizung stellen. Mit dieser Prozedur aktiviert ihr übrigens eure Hefe. Knetet danach euren Teig sorgsam durch und gebt eine Prise Salz und die Margarine hinzu. Wenn das getan ist, wendet ihr erneut all eure Kraft auf, um eure Masse zu kneten. Damit der Teig nun leicht aufgehen kann, stellt ihr ihn danach für eine halbe Stunde wieder ins Warme. Ist die Zeit vorüber, geht es ans Formen. Da wir einen großen Zopf backen wollen, werden nun drei Stücke vom Teig abgeteilt und jeweils zu einer langen Rolle geformt. Diese drei Stränge verflechtet ihr miteinander. Anschließend bestreicht ihr den Zopf mit eurer pflanzlichen Milchalternative und streut Hagelzucker obendrauf. Backt dann den Osterzopf bei einer Temperatur von 220 Grad im vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten. Wenn die gewünschte Bräune erreicht ist und es in eurer Küche herrlich duftet, wisst ihr, dass euer Hefezopf endlich fertig ist. Frisch mit Marmelade bestrichen schmeckt dieser Zopf am besten. Lasst es euch schmecken. Hat euch das Video gefallen? Vergesst uns nicht, einen Daumen hoch zu geben und schreibt fleißig in die Kommentarbox. Wir wollen ja schließlich wissen, ob euer Osterzopf gelungen ist. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren. Wir wünschen euch noch schöne Feiertage. Macht's gut und natürlich vegan!